Es sind noch genau 1, 2, 3 Tage, 3 Tage vor Opening, vor dem Mallorca Opening und typisch Kim halt, auf den letzten Drücker jetzt nochmal neue Playbacks vorbereitet. Hier sind die Texte und ja, heute geht es zu Merzat Marashi, zu meinem großen Bruder, sagen wir immer, er ist wie mein großer Bruder. Aber bei ihm werde ich heute meine Playbacks aufnehmen und einsingen und ich werde euch heute mal mitnehmen. Hallo meine Lieben, es geht jetzt nach Mallorca. Wir sitzen im Flieger. Ja, es ist 11 Uhr vormittags und ja, noch stehen wir, sind noch nicht in der Luft. Neben mir sitzt Steffi Landerer, meine Ex-DSDS-Kollegin. Deine Ex, genau. Genau, meine Ex und die auch morgen beim Opening auf Mallorca auftreten wird, ich bin heute Abend dran und daneben, zufälligerweise, haben wir jemanden getroffen. Und zwar den Ingo von der freundlichen Bild-Seite und guten Tag. Also der Ingo ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ, muss ich sagen. Danke, Schatz. Bitte. Ich habe mir jetzt noch am Flughafen einen schönen Hähnchensalat gekauft, was ich auch merkwürdig finde, dass der Erdbeeren weiß. Aber gut, ich esse sie trotzdem. Ja, und mal sehen, was wir so Lustiges noch erleben werden. Also bis danni! Wir sind jetzt am Strand, Steffi, komm nochmal her. Wir sind am Strand. Und es ist noch so leer gerade, weil alle Alkoholisierten der Bierstraße abgehen, haben wir gerade gesehen. Um sich noch mehr zu alkoholisieren. Richtig. Weil heute ja das große Opening ist, ich muss mir erstmal mein Kissen bauen. Ich hasse es so flach zu liegen. Also mal sehen. Oh, das ist hinklig. Das dauert wahrscheinlich zwei Stück. Okay, mit dem Fuß geht's auch. Wenn ihr quasi solche Hügel seht am Strand, wisst ihr Kim war da. Ja. Erzähl mal, was gerade passiert. Ja, ich habe mich ausgezogen und meine Brüste sind auch ausgefeilt. Aber da ich ja jetzt sowieso überall meine Brüste gezeigt habe im Playboy, das ist auch jetzt im Latz. Ich habe nur eine Cola Light getrunken. Aber wir haben alle drei ein Entrikot gegessen bei Ossene. Und jetzt sind wir gut gestärkt und jetzt geht's zum Opening. Und zuallererst checken wir erstmal die anderen Künstler ab. Das ist die harte Konkurrenz von unserer Kimi. So, liebe Leute, ich sitze jetzt hier unten im Bierkönig Backstage. Wo alle Künstler sich hier so voll sammeln, nach und nach reinkommen und dann nach und nach auftreten. Heute ist ja das Opening, das große Opening 2015. Und da treten wir alle hintereinander auf, so mit etwa vier Songs. Neben mir sitzt Steffi, die begleitet mich heute. Oh, hi! Na jetzt. Garo? Garo. Helene Fisch ist das nicht Helene Fisch? Ist das Helene Fisch? Und Gastine ist auch noch mit dabei. Na gut, ich muss dann jetzt mal auf die Bühne! Bleiboi! Das Cover gehört 2015. Die Schubbelkönigin, alles war sie gewesen. Und jetzt ist sie für euch da. Unser Directive Cloud! Guten Morgen. Steffi, guten Morgen. Morgen. Die Leiche, da hinten in der Ecke. Ich wollte mich nur verabschieden, also schlaf weiter. Ich fahr jetzt zum Flughafen. Hallo, Michi. Michi ist der aller allerbeste. Ich hab dich lieb. Grand Prix, Mallorca, Fahrschule. Nein. Ja, danke fürs Verabschieden. Na gut. Bis hoffentlich nächste Woche schon. Ja, bis dahin. Ich muss jetzt noch nach Berlin fliegen.